Der Redner, der muss selbst wissen und erkennen, ob die Menschen, die ihn hören, ob die ihn verstehen oder ob sie ihn nicht verstehen. Der Staat ist ein Abstraktum. Bleiben wir dabei, meine Freunde, keine Experimente und alles andere wiederholen. Die Stopp macht, es ist ein Degen für das deutsche Polen und für Europa. Wir bilden uns fast darauf ein, dass wir ein Herz in dieser Sache haben. Wer Regierungsmacht auf dieser moralischen Grundlage aufbauen will, der baut auf Sand. Das ist ein Abstraktum. Nur kühne Gedanken und schnelle Taten können Europa retten. Die Würfel sind gefallen. Der Staat ist ein Abstraktum. Keine Experimente und Regierungsmacht. Wir bilden uns fast darauf ein. Es ist ein Segen für das deutsche Volk. Der Staat ist ein Abstraktum. Und alle Kammer wiederholen, noch mal. Der Staat ist ein Abstraktum. Das System der dauernden, warmen Teuträder. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Aber der Tisch ist zur Zeit voller Krümel. Und Sie setzen sich auch nicht gerne an einen Tisch, an dem so viele Krümel sind. Und Sie setzen sich auch nicht gerne an einen Tisch, an dem so viele Krümel sind. Und der Tisch ist eine Vorschutter. Keine Experimente und Regierungsmacht. Die Würfel sind gefallen. Und dahinter kann man, sollte man sich nicht verbergen. Alles andere wiederholen. Doch, Mann. Eigentlich preferiert. Du bist wirklich kein Apelfarm in Alaska. Der Staat ist ein Abstraktum. Das ist ein Abstraktum. Daher ist ein Abstraktum. Vielen Dank.